Sternquell lädt zum Feiern ein. Zum traditionellen Brauereifest am vergangenen Wochenende hatte man wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Trotz der eher kühlen Witterung haben sich dennoch viele Plaunerinnen und Plauner auf den Weg in die Dobenaustraße, dem historischen Standort von Sternquell, gemacht. Einfach weil unser Gelände in Neunsalz durch hohe Abfälleistungen blockiert ist. Wir haben schlichtweg in Neunsalz der Zeit keinen Platz. Doch auch hier wurde den Besuchern jede Menge geboten. Angefangen bei verschiedenen Mitmachangeboten bis hin zum Schlangestehen. Sie alle hier wollten den alten Felsenkeller besuchen, der nur an diesem Tag für die Öffentlichkeit begehbar war. Die Gänge wurden einst zur Bierlagerung gebaut und im Zweiten Weltkrieg zur Produktion von Panzerteilen sowie auch als Luftschutzkeller genutzt. Wieder draußen angekommen, konnte man dann im Biergarten bei Musik und guter Stimmung in aller Ruhe ein Getränk des Plauner Brauhauses genießen. Ein Brotusik, der glücklich sein!